Hey, wo möchtest du hin? Zum Synchronschwimmen. Sieht man das nicht? Sehr witzig. Ja, die anderen sind schon seit einer halben Stunde unten. Wo haben wir die Kühltaschen? Eine Kühltasche im Winter. Da musst du eher aufpassen, dass das Bier nicht leid gefriert. Ja eben, darum nehme ich die Kühltaschen mit, weil die isoliert ja auch gegen Kälten. Und das Bier bleibt auf Temperatur. Du pass auf, das ist gar nicht gut, wenn man so kalt reintrinkt. Ja eben. Weißt du nicht gescheiter, du würdest dir was in einer Thermoskamm mitnehmen. Thermoskamm? Auch keine schlechte Idee. Ähm, du sag mal, haben wir noch mehr von den Thermoskannen? Hä? Was tut er denn? Also, du wirst mir jetzt nicht sagen, dass du das Bier da in die Thermoskanne eingefüllt hast. Ja entschuldige bitte, das war ja dein Vorschlag. Rudi, habt ihr gemeint irgendetwas Warmes am Tee oder sowas? Ja, ich bin ja nicht krank. Ich geh ja zum Eichstockschießen. Also, was ist jetzt? Haben wir noch ein paar Thermoskannen? Mei, Mei, Rudi, Wahnsinn. Ehrlich. Da schweigt die Segners Willklinge. Ja. Bayern Comedy wird unterstützt durch die privierte Landbrauerei Schönraben. Ja.